Morgen, Papa. So früh schon auf den Beinen? Wieso? Ich hab heute einen Termin. Ach so. Ja, wie? Was denn? Wie war's in der Schule? Gut. Was sagt der Lehrer? Nichts. Muss man dir immer die Würmer aus der Nase ziehen. Verdammt nochmal. A und B in Klammern ist doch nie C. Da stimmt doch was nicht. Was hast du denn da? Ich komm mit Otte nicht klar, Papa. Das ist doch alles gar nicht logisch. Oh, doch. Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und? Ja, wie? Pech. Also, wie war das jetzt? A und B? Ach, und hier. Deine E-Plus-Rechnung ist gekommen. Sag mal, bist du noch zu retten? Papa. 393,83 Euro. Wie willst du das bezahlen? Mann, schrei nicht so. Ich weiß es doch nicht. Ich schreie so viel ich will. Nee, du kannst mich mal am Arsch lecken. Wä? Jetzt ist der Ofen aber aus. Er darf Dreck machen. Du Sau. Fick dich doch selbst. Auer, mein Knie. Arschloch. Guck mal, Klaus, das ist Herr Erwin. Guck mal. Ja, hör mal, Klaus. Hör mal, Helmut. Euch habt ihr schon lange nicht gesehen. Er war so lange weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich war immer mit dem Gefängnis. Nee. Doch, wegen meiner Eid. Hör auf. Jawohl. Das glaub ich. Er hat mich damals angezeigt. Ich hätte ihn gebissen. Ja, ehrlich. Ich hatte ihm ein Bein abgebissen. Das kann doch nicht wahr sein. Helmut sagst du. Ja, der hat mich damals angezeigt, weil ich hatte ihm angeblich ein Bein abgebissen.